so mission nehmen wir mal die interstellar mission wir sind city major wir sind von aus europa und just just beginning game rules easy easy fast Achievements are the same endless supply please productions ja auf geht's gucken wir mal das wird vorgeschlagen wo sie heißt nicht liberty 1 sie heißt rakete 99 nächstes leckte kohle die zeit sehr gut was nehmen wir dann da mal haben wir denn als maximum können wir 365 grad wir wollen ja alles maximum abbauen das ist ja uns ja eigentlich egal was uns auf uns zukommt haben wir denn hier schönes haben irgendwas wende mäßiges was viel bringt wenig müllis aber ich will das ohne ja da kommt da halt mal meteor so einfach hier oben haben wir hier eine anomalie so haben wir wasser da haben wir materials hier haben wir eine anomalie der explorer muss die anomalie schon mal scannen die bringen jetzt alles schon mal runter das heißt wir das wird man das ist ein solar panel empfohlen ja voll sind ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Research complete. Anomaly found. 3, 4, 5, 6. Geht das hier mit rein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt du den wieder weg? Das hier dieses Salvage-Ding gibt. Ja, ich hätte sie gar nicht verbinden müssen Okay, das kann man ja später machen, das ist gut Anomaly jetzt brauche ich Universaldepots kann man ja auch Anomaly gefunden Wenn ja, doch das Savage Tool, das war Shortcut definitiv Ich habe die Rakete zerstört, wie geil Das ist ja egal, die Spanier speichern ja trotzdem Mh 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 Anomaly found Anomaly analyzed The Breast Untertitelung des ZDF, 2020 Anomaly found Too far from drones, domes alleine I'm in here, concrete I'm going to cover the RC transport air name Anomaly found No active research Anomaly found No active research Anomaly found No active research Anomaly found The anomaly turned out to be No active research Anomaly found No active research Anomaly found No active research Anomaly found Select the sector to scan. 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 Anomaly analyzed. Select the sector to scan. Select the sector to scan. Select the sector to scan. Untertitelung des ZDF, 2020 Anomaly found Untertitelung des ZDF, 2020 Anomaly found Untertitelung des ZDF, 2020 Anomaly found 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 Das ist Free Earth Radio. I'm your host Jamie Holland lately I've been thinking about the difference between being nice and being a wuss it seems like being nice has no active research well it doesn't nice is always positive being a wuss is always negative sometimes you've got to be tough in order to have the guts to be nice does that make sense he are the miserably Man sollte ja hier diese Someone choked we found Krypton Yep Select a sector to scan We are ready to make a change to make a change We are a new communication We are ready to lead the way We are ready to set the set Bauen wir da einfach hin So Go go Earth We are ready to make a change 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 We are ready to take off We are ready to make a change treu die okay dann nehmen wir einfach mal die ersten zwölf sind mir egal Untertitelung des ZDF, 2020 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 das kann man auch als abkriegen mit upgrade so ich wollte jetzt eigentlich noch mal mehrere lager bauen ja danke voll wieder es flora underground metal das heißt metal extra von domes da müsste ich hier noch einen dom hinbauen hier springen wir hören warte fack ist das denn selbst versorgener dom mikrodome aber hier oben dom kann ja direkt strom nur anschließen und die euro anschließend er macht ja möglich weiter ja das kommt jetzt gleich die das automatisch machen auch mehr drohen zwar das konkret eigentlich verbindet er sich damit jetzt schon aber egal wo das rare metal die 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 mucke das ist schon witzig so, jetzt haben wir ja hier schon ein bisschen was am rumlaufen oh, guck mal, er macht automatisch das ist doch schön haben wir da, da haben wir jetzt konkret, da haben wir noch underground rare metal ich habe da keinen dom hier party the doll going up und party someone is looking slightly guilty na komm ja, wie geil aber wo was, alter, wie schnell scannt er denn die Sektoren okay die wissen noch nicht, was wir tun sollen so, da bauen wir hier oben halt noch den dom hin mit einem living komplex und noch einen living komplex an der universität und in der schule und im krankenhaus ist eigentlich auch ganz wichtig so, das heißt, wir brauchen jetzt, wir müssen erstmal die rakete wieder wegschicken, weil die hat ja hier nichts mehr zu suchen so, wir brauchen jetzt aber noch mal eine passenger rocket einfach hier mal ordern der night is like a deja vu oh, hier ist sogar das europa zeichnet auf, weil ich das als standard gewählt habe witzig jetzt müsste er sich hier rein drücken, da verbinden ja, geil ja, nicht genug worker, das ist normal, weil meine rakete kommt jetzt auch was an ja, komm, schickt sie mal schnell hoch und nun carry any imports und passengers von mercer rocket will lunch to earth when the cargolus of whole and so aber das ist denn hier gut fürs gathering, für den kram, ja okay also ich hier noch, dass viele doms bauen, krank ja, das ist normal über mal irgendwas machen, einfach reden damit den leuten die leute habe ich zwar nicht, aber können wir rein theoretisch einfach mal die doms miteinander verbinden wo ich hier so quer durch das Problem ist, ich habe hier natürlich nur noch die Verbindung oh, das ist die maximale Reichweite, das ist ja schwul so, wenn das upgrade grün ist, dann hat er noch verbunden das darf bei colonist, ja muss man doch nochmal welche hinbringen, wie dann so und hier oben mal so eine ja gut 180 ja, komm depot konkrete depot 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 mehr elektronik maschinen paschinen wenn ich das hier nicht so rum dann lassen wir die mal zur erde zurückkehren und alle verbrennen aus der voll krass bundy ja, dann setzen wir den einfach hier hin er ist da ein bisschen luft drin, das ist ganz gut da ist dann noch ein bisschen mehr luft drin das sieht mega kacke aus ich kann nicht den weg servischen ja ähm lager ähm lager ok jetzt ist es da das ist auch mehr unverständlich das macht diese form aus hier das ist auch warum auch immer bedeckt das haben wir wieder eine passenger rocket wenn ich jetzt so mache achso ja, immer ran mit denen hier, komm, wir müssen hier nochmal ein paar rein, dann müssen auch nochmal ein paar rein, hier können wir hier mal eine Priorität setzen inspekt buildings achso äh research economy economy a change between mass and earth would be the most default property in the mask schön zitate darunter auch nicht schön ja, bitteschön oder jemand geburtstag, da muss man das natürlich rein weil das ist schon wieder voll oder ist das einfach nur alter mitteil research complete ich könnte sagen, was kommt da denn jetzt an, was ist der Berg so, dann machen wir nach links mitteil zement depot der rest ist ja noch nicht so voll er gräbt sich hier auch einfach voll reine drei schichten schöne schichten gucken wir hier mal hier haben wir das da brauchen wir noch eine schicht da brauchen wir auch noch eine schicht da brauchen wir auch noch eine schicht achso da gibt es nur eine schicht warum ah und eine single work shift ok workers will lose sanity if their work shift is a night shift mh ich bin verrückt da ist das da auch eine ding ok man hier auch klicken kann die hälfte der sachen hier auch wieder abgrenzen da kann ich noch mal abgrenzen und wo ist es da ist es da kommt ich sehe es gibt mir polymere main güte hier kommen ok upgrade upgrade auch upgrade drin für upgrade ich habe ja noch keine leute bau eindeutig mehr leute hier ist ja noch gar nichts los so dann schicken wir die rakete immer wieder landen wird auch mal zeit bevor ich es wieder vergesst alter wie einfach alles volles voller metall wo kommt das ganze metall her macht doch noch gar nichts also sammeln die jetzt hier in der umgebung so ein zwei drei vier fünf sechs und nehmen wir mal den explorer da soll hier das masken dann soll er hat das masken gut er ist gerade da oben dann können wir das masken lassen das kennen der kann das kennen dann kann das kennen dann kann er die beiden scannt resources alone das sieht ja der ist echt gut disaster early warning 18 stunden heißt wenn ich davon jetzt bringt dass wir nicht mehr bauen eine protektor lamp Anomaly outside Breakthrough discovered Breakthrough Double is a chance that a colonist will have In a red treat Ja, auf geht's Voll krass Man kann es einfach nur hier ein bisschen Gibt ein bisschen Komfort Dann kannst du die Leute beleuchten So Oh Ist das hell Man muss einfach nur heller Falls der mal keinen Strom hat So habt ihr alles raus Ihr die ganze Nahrung müsst ihr jetzt noch rausholen Oh, so viel Nahrung Da müssen wir noch mal ein bisschen stoppen Food storage Oh, mach es heil Ja, danke Was? Sie ist kalt Oh Warning not enough power Oh, meine Batterien sind auch leer Da müssen wir mehr Strom produzieren Oh, Fusionsrektor kann ich noch nicht bauen Dann bauen wir hier mal eine Reihe Sterling Generators sind oder was? So eine dicke Batterie Warte mal, wie viel machen die denn? Die machen 5, die machen 10 Ja Denn 3 6 7 8 9 Ja, warte So Vernetzen tun sie sich alle untereinander Das ist echt gut Ja 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 Anomalie 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 Analyzed Milestone Achieved Ja, weil ich noch nicht genug Leute habe So Jetzt wieder zurück Passager jetzt kommen wir ohne jetzt viele brauchen mehr leute explorer sehr schön so damm 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 so die rakete kann landen die land wird einfach mal hier oben also bei normales ja dankeschön break so was hast du los ja bitte robotics ne da ist ja irgendwas co2 jet propulsion 2 batterie optimierung der wollte doch irgend gott von mir haben damit ich hier diese großen lager bauen kann storages und die habe ich jetzt schon ja guck war und dann sogar mit cable connection das ist gut jetzt brauche ich dann noch irgendwas also ich hier unten shuttle hat laser mit your defense research mit your defense system wo ist es wo sieht das anders aus wo ist es wo ist es nuclear fusion das nehmen wir auf jeden fall auch ist der rein theoretisch bei engineering sei race rock wäre das auch wichtig nicht die mit den scheiß dinger los dann machen wir erstmal das was das wahrscheinlich sind das hier diese riesigen kuppeln mit geilen bombe hier unten erstmal noch mal ein riesiges storage system auf ich will haben wir denn eigentlich dass wir immer vierer gruppen arsch an arsch zu sagen da kommen steht auch vor dem weg machen wir das schön übersichtlich geht gar nicht weil ich hier mein kabel umlegen muss ich würde legen wir das kabel um und 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 Muss man eigentlich nicht, aber es sieht hübsch aus. Können wir das nämlich so machen? Fast fertig hier. Mega. Ich fühlte noch nichts bebaut von der Welt. Power Group, Split. Brawnload, Heavy Load. Habe ich denn noch Platz für Leute? Hier brauchen wir ein paar Wegen. Die ist fertig. Die kann zurück. Die ist auch fertig. Falsch. Alter. Wie geil, das wird da vorne abgeladen und dann nimmt er das auf. Da sehe ich das jetzt gerade falsch. Ne, das ist die Bereitstellungsfläche, aber wenn mehr kommt, wenn er eine Lage darüber hat, ne? Super. Surface Heater. Schauen wir doch hier auch nochmal. Wo wir haben auch Wasser. Check Nevers Building from Cold Waves. Ah. Da habe ich ja schon einen. Mit einer Gebäude nicht einfrieren. Das heißt, wenn so eine kalte Welle kommt, kann mit der Kram hier schon mal dann gleich nicht mehr einfrieren. Wobei man das ja auch nicht immer braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob Sauerstoff einfrieren. Ja, okay. So. Machen wir es einfach. Das wird mir hier wohl nicht einfrieren können. Was zur Hölle ist das? Wie geil ist das denn? Krass. Erstmal ein Tunnel. Und dann ist das Ding einfach verbunden. Oder. Ja, geil. Äh. Äh. Ich brauche hier einen Tunnel, Alter. Einfach nur. So. So. Ja. Wie gut. Wie gut. Ich bin einfach schon ein Tunnel, Alter. Was ist? Ja. ausprobieren und da können die fücher dann auch als vier mal der drohndinger rein und raus also gefällt mir auf speichern bis zum nächsten Mal